hallo und herzlich willkommen zu der ersten folge von rocket league auf diesem kanal und wir haben sogar jemanden dabei und zwar ist das der leon also eine echte bot ihr kennt ihn wahrscheinlich schon aus dem vlog und sonst glaube ich von nirgendwo außer ihr kommt natürlich vom alten kanal da waren natürlich auch öfter mal zu hören auf dem stream ach der stream genau ja also der war auf jeden fall krass auf jeden fall merkt es euch samstags 11 bis ca 15 uhr ist ein stream twitch kanal unten drin und ja ihr seht ihr ja ich habe schon gesagt wir spielen ja ein bisschen rocket league und ja wir haben noch nicht gespielt also erwarten erst unten noch nicht also viel skill aber ich glaube wir spielen zwei runden würde ich auch mal sagen und wir spielen wegkommenswürde sagen wir quatschen nicht langsamer und springen direkt in die partie gut und damit ich lehre jetzt auch in der runde drin und wo stehst du und steht mit mir okay dann bleibst du jetzt erstmal hinten beim anschluss und ich hoffe das passt alles vom ton her ich würde sagen mein ping ist heute mal nicht ganz so gut ich reiße da mach ich so gut papa alter bei dem ping ne ich steu auf das ja auch das beim menner alter was ist denn gerade los leon ball getroffen das ist richtig komme mit zur flagge oder aufgelegt äh ja nein forsten trost terrode ihr müsst wissen wir haben hier so uns quasi namen gegeben so wie wir halt quasi spielen leon ist halt so unser stürmer der terrode und ich bin hier so unser schabi der eher so hinten drin steht ja mal so ein longshot kracher raus dümpelt mein ping verraut sich wieder auf hier und dann geht er wieder schnell nach oben ich hab nur den gegner der ball kommt kommt terrode oh god das hätte ich auch mit besserem zu nicht geschafft was leon das war peinlich ja das lag aber nicht am ping ja das das das朋友 ist gerade produziert wie gesagt erste runde da läuft noch nicht alles so flutschig schad업 aber wir haben noch immer beide geil werde geiler da kann man da ehren da für einen kleinen ungefwand Leon, nicht ins eigene Tor Hau weg, die Scheiße Komm, Leon, hau bitte einfach weg Das war wichtig Ja, komm, komm, komm Die Flanke, komm Komm, komm, komm Ich war nämlich auch gerade nicht vorne Jetzt bin ich gerade nach hinten gefahren Da ist der wahrscheinlich wieder vorne Jetzt kommen wir die Flugskill Ich wollte den extra für dich durchlassen In dem Moment, wo das Tor fällt, geht mein Ping wieder runter Das war der südsibirische Antäuschungsflug Ich war Ping ja immer wieder überholt War ja wieder klar Ja, ja, Ping, Schnabbelding Du fährst, ne? Gut So, Jungs, jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Da ist unsere Bank hinten drin Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich schon ein Tor bin Ob der genau unter die Latte fliegt, den hätt ich ja nie Hast du bekommen Ja, ich lieg genau unter die Latte Na gut, fass Wo bist du denn da? Wie du fährst Alter, ich hab gar nicht gemerkt, dass ich schon ein Tor bin Na, ich bin ja auch unsere Bank hier Ja, aber letztes Mal war ich der aber die Bank hier Ja, was meinst du mit Das muss ich erstmal wieder aufbauen Was meinst du mit letztes Mal? Als du deine Oma warst Achso Achso, der Skill muss erstmal wieder auferschehen, ne? Guck mal, Leon, der kommt Und das Nektar den ab Da wär ich angeheizt gekommen Ja, ich musste auch nochmal sicher gehen Ich wusste, wie du kommst Natürlich fangen wir Guck mal das Okay, Manuel, Prästigion, nein, den Abflut, ey Wohoo Was ist der Schwede für ne Magge? Ich bin Meckel, Kale Der ist drin Oh, jetzt aber Oh Er hat sich selber rausgehauen Der Papa hat das Monokel nicht aufgehabt, du Das ist, äh Gucken wir mal eben kurz los Oh, da war dir der Drift ein bisschen zu hart Hat der Haut noch einer? Da gehe ich schon Jetzt können wir da Nein, ich wurde abgelenkt Also, abgelenkt im Sinne von Ah, über die Gegner rüber gelungen Ich bin über die Gegner rüber gelungen und dir aufgelegt Äh, ja, der kam direkt in mein Schnäuzerli Und, alter Da muss man mal Oh, das, äh, war mir schlecht Von der guten Monique Gut, vielleicht wär jetzt auch alles gar nicht so gut gekommen, wenn ich es nicht erst gegen Geizwerber leer Und wenn wir das hier noch verlieren, ich mein, wir haben ja noch zu verhindern, du Ja, was willst du? Ja, was willst du? Ah Der wäre so schwierig gekommen Dieser Spruch ist ganz schlecht, da beschwört man nämlich immer den Satan in Rocket League Äh, hast du das im Griff oder? Ja Boah, du, da war, da war alle, da war Kraft in der Da hat man Pfeffer hinter, ne? Da hat man gesagt Da hat man Pfeffer hinter Ja, absolut Oh, ne Ach Ja Ja Monique Gut, das ist schon fit so Monique ist nur ein Veteran Ich bin da auch rumgeirrt wie der letzte Irrgarten-Bumbler, ey Den musste man erst mal so treffen Ja, der war, der ist, der ist, der, der, die, das ist gut Wir fahren beide Ja, weiß ich auch nicht Vielleicht ist er einfach nur mit dem Namen, aber irgendwie Ja Hau, Truppe, machs wie Papa Ich mach's wie Papa Wie Papa Ich hab den extra gelassen für dich, weil ich wusste, du kommst da angeheizt, dann pram. Ja, und dachte ich zuerst, du musst ihn da austricksen, aber dann war er hinter der Linie. Ja, Monika hat den Gang nicht mehr reingekriegt, das ist schade. Aber kann man nicht machen. Ausbrechen, Monika, ey. Ja, tragisch. Ach, ja, geil. Mein Boost, aua. Lern, ich, I believe I can fly, würde jemand mal sagen. Oh, bist du da? Ja, natürlich. Immer hinten hinten. Wenn man 5-3 führt, erwartet man noch nicht erstmal alles in der Osten. Liegt's. Hätte ich gehabt, hätte ich gehabt. Hätte ich auch gehabt, wenn der aufs Zoll gekommen wäre, hätte ich den... Ja, gut, erste Runde. Häh, ja. Haha. Ach, du, uns, äh, falls ihr da dran seid, äh, du fährst. Ich war würdet ihr mich im zweiten Tag, komme ich das Gefühl, hab ich das jeden Tag und überflute ich euch da quasi mit Videos, deswegen konntet ihr auch Rocket League. es müsste am 19 sein oder wann das ist nein um 14 uhr und ja ich hoffe das gefällt euch wir werden mal gucken was wir da so bringen ich meine was meine steam bibliothek so hergibt würde ich eher mal sagen oh gott alter monik ey wir müssen mal monik ein bisschen ausschalten ich der kommt mit der leon wir müssen jetzt das wenn der leon leon moniki die europäische der europäische der europäische der europäische der europäische der kommt genau auf dich abgelegt und dann rutscht er über den schlappen lieben nur noch zehn sekunden durchhalten und das können wir schaffen ja so fallen so auf jeden fall ist mit der scheiße erste spiel gewonnen so kann das doch weitergehen ich würde sagen das ist gar nicht los drum herum gerade labert wir springen jetzt direkt rein in die nächste partie vom fahrrad stadion bitte nicht zu viele tore danke 1-0 ne so und jetzt am besten mal du musst nicht am anfang ja sind jetzt auch alle drin und leon ne heiz mal voll druppe würde ich sagen vielleicht könnt ihr sogar noch mal ein bisschen skill in dieser ausnahme finden eine prise ich hoffe dass mein ping jetzt mal nicht in die höhe stürmt als wenn das das ergebnis wäre komm 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 Ich habe ihn getroffen, aber ich fliege leider immer noch. Hast du, ne? Sehr schön. Hast du einen rüber gespitzelt. Komm, jetzt hauen wir ich hier. Aber nicht direkt wieder zurück. Oh, Gottes Willen. Und dann hat er dich weggerollt. Wurde abgedrängt, er hat es in Fallbackzahlen. Wollte das Willen. Noch mal sehen, was ist denn da passiert? Ich habe nicht gesehen, wie in der Bolke. Ach so. Das ist sauber. Das kann ich auch preisen, du. Hättest du haben, bisschen, dir. Hättest du haben. War du, ich bleib dir, ne? Jo. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Nein, da kommt er doch noch rein. Papa, jawoll. Alter, ich hätte fast noch X gedrückt, ich hätte den perfekt abgeblockt. Ja, ich wollte ihn präzise machen. Einfach einschieben, wäre ja langweilig, ne? Nein, weil ich konnte sofort X gedrücken. Papa macht, ne, Junge. So, ich fahre. Ui, 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 ui. Komm. Geh da her. Ja. Wer ist da angekommen eigentlich gerade? Aua, outplayed! Outplayed! Oh, da hat sich irgendetwas getan. Oh, wurde ich angeschossen. Die Flanke kommt. Äh, saftig. Oh, Gott. Immerhin haben wir ihn hier in der Hälfte gehalten. Nein! Zu halb! Noch! Ich wollte den Boost, unbedingt. Was ich will, das hole ich mir. Och, geil. Könnte eine Flanke werden, irgendwie, vielleicht. Ne. Oh. Gemeinschaftlicher Torschuss. Gemeinschaftliches Tor! Oh! Schade, Schokolade, du. Komm, äh. Ich war erst auch voll in den Gegenden. Und dann spielte er den genau zu uns durch, ey. Ja, ich hab erstmal, wollte ich mal wieder auf unverratenweise. Ja, und genau durch, ey. Ich verstehe jetzt. Läger. Haben wir noch, haben wir noch drei Minuten weg. Läger. Und der geht jetzt rein, der Anschluss. Ich darf das hier. Ja, aber nicht bei uns. Das kam etwas falsch verstanden. Das kam etwas falsch verstanden. Ja, komm. Geh weg. Geh weg, Leer. Lass. Halt die Gutsche. Halt die Gutsche. Au, au, au. Ich hab einen Boost gekriegt. und der Boost verleiht mir Flügel. Flanke, ja. Spolz-Druppe wie Papa. Ja, fast. Papa! Oh, Alter, wieder präzise mit dem Jungen. In dem Knick, ey. Weißt du, wieder Chance aufs Kran-Tüten-Tor, aber immerhin platziert. Ja, der Siegel da mit Zweitkammer. Oh, nice. Ich würde jetzt aber gerne mal in Führung gehen, wenn du da nicht gegen hättest. Nö, nicht so. Das wäre eigentlich nicht mal ganz gut. Wenn es Autoball mal in Wirklichkeit geben würde. Ich meine, aus solchen Ideen kommen ja eigentlich nur so idiotische Leute wie Stefan Raab. Ist aber... Ich finde schade, dass er aufgehört hat. Ja, was ist deine Meinung dazu? Findest du das auch schade? Hau in Truppe! So? Vorlage! Oh Gott, der Satan! Jawoll! Ey, ich bin fast noch mal berührt. Ey, ich muss ihn mal ganz schnell ablenken. Ey, abdrehen. Ey, guck mal. Das war aufgelegt für dich. Genauso geplant. Ey, ich bin da fast noch getroffen. Wahrscheinlich stehen zu bleiben. Ne. Stehen bleiben geht es. Ich merke schon, es ist eine schlechte Idee, hier über Themen zu reden, bei Rocket League. Ich weiß ja auch nicht, wie ich darauf komme. Ich werde schon mal, ich bin Gott enttäuscht. Euhm, muss so her. Outplay, Digi, outplay! Jahêêêh Angst, du hast ein Video. Guck, jetzt habe ich die risque auf Auto-Play-2 überrüber gelegt, da habe ich es nicht gesehen, weil du wieder explodieren musstest. Ah, das war ja schon super. Das Fahrer... Wir fahren mal beide durch. Hm, das habe ich gerade noch gesagt, nicht so viele Tore auf dieser Map. Ich glaube, ich habe gerade noch nie so viele Tore auf dieser Map. Und jetzt sind wir fast am letzten Spiel dran. Haha, die Gegner haben wirklich weggebrochen. Bring die Nütte! Ähh, guck, kommt. Oh, da habe ich aber den Innenverteidiger raushängen lassen, Löw. Ich habe keinen Punkt. Ich hänge am Pfosten fest. Nein, nein, alles super. Oh, ich war wieder der sibirische Anteil-Sprung. Der war ein bisschen saftig. Da war der flache Pass in die Mitte. Oh, dann fläder mich aus. Oh, der jump da. Leon? Ja, berühre ihn nochmal. Er hat ihn aufgelegt und ich habe ihn daneben. Nimmst du? Dann kommt er da ran. Anscheinend nimmst du ihn nicht. Da kommt Papa. Ey, du bist so ein Baron, ne? Jawoll, er legst dich vor. Mein Wegen. Trotzdem kleiner Baron. Guck mal, wie ich da angeizt. Guck nicht. Der hätte sowas von oben links in den Knick geputtert. Was? Klenleon muss sich ja dazwischen dampen. Oh Gott. Ich bin nicht geleckt mit dieser Staffel. Outplayed, Ditchi. Nein! Ja, auf! Was? Das Dribbling wird dann aufgelegt. Du, das war natürlich alles geplant. Guck dir in den Knick. Ja, ja, ja. Alles geplant. Das Dribbling war geplant. Ich weiß, das hast du gedrückt. Ah. Also das Dribbling war nice. Der Rest ist irgendwie nicht ganz so klickelig. Ja. Alles mit Alkohol lässt sich schwer gerade ausfallen. Du wolltest aber den ersten Ball-Contact. Ja, Punkte sind Punkte, würde ich sagen. Ja, das Dribbling gefällt mir. Ja! Nein! Wer soll denn damit rechnen, du? Mal gucken, wie viele Punkte wir hatten. Lass mal ein bisschen unsere Choreo machen. Choreo, tolle Choreo. Tschüss, Leute! Jetzt alle updancen. Nice! Ich habe ein neues... Ich habe eine limitierte Antenne bekommen. Ich habe eine limitierte Raketenschwur gekriegt. Süße Scheide, du Prospect Reiniger 4. Ich habe Fuzziwamp. Fuzziwamp. Okay, ich... Aber, ähm... Ich will sagen, wenn das die Folge war, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Damit zeigt ihr mir, dass ihr mehr Rocket League sehen wollt. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao! Tschau!